Die Aleviten sind die zweitgrößte Religionsgruppe in der Türkei und in Deutschland leben fast eine dreiviertel Million Aleviten. Aber leider wissen immer noch zu wenige Deutsche, worum es bei dem Alevitentum geht und haben einen sehr geringen Eindruck, wenn überhaupt, von ihrer Geschichte, ihrer Religion und ihren Traditionen. Und deswegen werfen wir heute mal einen Blick auf die Ursprünge des Alevitentums. Ich grüße euch mal wieder, hier ist Konstantin. Und ihr wisst es ja, in den Kommentaren bei meinen Videos, ich frage euch ja immer, welche Videos würdet ihr gerne mal sehen, welche Themen soll ich mal behandeln und so weiter. Und ein Wunsch, der immer wieder kommt, schon seit einer ganz schön langen Zeit, ist, dass ich doch mal ein Video über das Alevitentum machen soll. Und natürlich hatte ich auch schon davor ein gewisses Grundverständnis, ein bisschen Basiswissen vom Alevitentum und deswegen hätte ich so ein Video auch schon sehr viel länger machen können. Aber natürlich wollte ich mich noch mal besonders darauf vorbereiten und habe mich jetzt auch noch mal sehr viel mehr damit eingelesen und damit beschäftigt. Und dabei bin ich einfach völlig fasziniert davon geworden und habe einfach so viele neue Sachen auch gelernt, die ich noch gar nicht wusste. Und deswegen habe ich mich entschieden. Es wäre doch eigentlich schade, nur ein Video zu machen mit Was ist das Alevitentum und da so komprimiert alles reinzuwerfen. Ich habe gedacht, nee, stattdessen mache ich jetzt eine ganze Reihe von Videos über das Alevitentum. Und ich hoffe, es gefällt. Wenn es euch gefällt, dann werden natürlich noch mehr von diesen Videos kommen. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr es fandet, ob euch das Thema interessiert und wenn euch diese Themen interessieren, also jetzt in dem Fall konkret Alevitentum, aber auch ansonsten Religion, Geschichte, Mythologie des Nahen Ostens, dann abonniert doch den Kanal, dann seid ihr immer dabei, wenn hier neue Videos hochgeladen werden. Vielleicht zu Beginn kurz für Leute, die so gar nichts mit dem Begriff Alevitentum oder Aleviten anfangen können. Das Alevitentum ist eine Religionsgemeinschaft, die hauptsächlich aus der Türkei kommt, aus Anatolien, aber nicht nur von da. Auf jeden Fall steht da so die Liebe zu Gott im Menschen im Mittelpunkt. Eine sehr humanistische und tolerante Religionsgemeinschaft, die wirklich meint, dass Gott im Mitmenschen zu finden ist und in der Natur und dass deswegen die Achtung vor dem Mitmenschen unbedingt im Zentrum aller Handlungen und aller religiösen Gedanken stehen muss. Ich glaube, das ist jetzt natürlich unglaublich zusammengefasst und kompakt, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber nach allem, was ich gelesen und gehört habe, glaube ich, dass das so der Kerngedanke des Alevitentums ist, dass man es so durchaus zusammenfassen kann. Eine sehr humanistische Religion, die das Göttliche auch im Menschen sieht und dass deswegen die Beziehung zu anderen Menschen wirklich im Mittelpunkt steht. Woran sie detailliert glauben und was so die Traditionen, die Rituale sind, darüber mache ich mal andere Videos dann, wenn euch dieses Video gut gefallen hat. Heute möchte ich mal wirklich mich auf das Ursprüngliche konzentrieren, nämlich woher das Alevitentum eigentlich kommt. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Und sie fängt schon mit so einem Grundproblem an. Das Problem ist, es gibt nicht so das eine Datum, zu dem das Alevitentum gegründet wurde. Es ist also nicht so, dass eine einzelne Person eine Vision hatte oder Kontakt mit einem höheren Wesen oder sowas und man sagen kann, ab diesem Zeitpunkt gab es das Alevitentum, so wie es vielleicht mit dem Islam ist, sondern es war mehr ein Prozess. Das Alevitentum, wie wir es heute kennen, ist eine Religion, die sehr viele Traditionen in sich aufgenommen hat, sehr viele Einflüsse auch hatte aus einer sehr langen Geschichte. Also man spricht da von einer synkretischen, von einem synkretischen Religionsverständnis. Grundsätzlich kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass das Alevitentum eine Mischung ist von teilweise noch alttürkischen, schamanistischen Einflüssen mit starken Einschlägen des volksislamischen Glaubens und gerade so dem Schiitentum. Allerdings gibt es auch noch, sag ich mal, vielleicht etwas schwächere Einflüsse auch von christlichen Lehren, vom Zoroastrismus, vom Manichismus und anderen Religionen. Wie diese Einflüsse jetzt gewertet werden, wie stark jetzt was das Alevitentum beeinflusst hat, darüber sind sich auch die Gelehrten und die Forscher nicht ganz einig. Manche sagen, das ist da wichtiger. Manche sagen, das hat einen größeren Einfluss. Aber ich glaube, das ist jetzt mal so eine grundlegende Definition, mit der wir arbeiten können. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich zu den Ursprüngen dieses Glaubens. Wir fangen an bei den turkmenischen Nomadenstämmen aus Zentralasien. Die hatten einen ursprünglichen Glauben an einen Himmelsgott. Manche Forscher sagen auch, das war schon monotheistisch, also dass dieser Himmelsgott gleichzeitig der einzige Gott war und der Schöpfergott. Auf jeden Fall hat in diesem Glauben an den Himmelsgott der Schamanismus eine große Rolle gespielt. Also aus heutiger Sicht magische Praktiken, die von Schamanen ausgeführt werden, Schamanen oder Schamaninnen. Und hier kann man schon sagen, dass die Liebe zum Menschen und besonders auch zur Natur eine große Rolle gespielt hat. Also es war jetzt ein weniger hierarchisches Verhältnis zu Gott, weniger so die Angst vor Gott, Gott als der Vater, der strafende Vater, sondern, sagen einige Wissenschaftler, dass das mehr eine Beziehung wie zu einem Bruder war. Also dass man, dass der Gott, der Himmelsgott, den Menschen in einem brüderlichen Verhältnis Rat gegeben hat und dass es sehr viel mehr von Respekt gekennzeichnet war, anstatt so ein patriarchales von oben nach unten denken. Das spiegelt sich dann auch wieder, dass die Frau eine deutlich emanzipiertere Rolle hatte als in manchen, sag ich mal, organisierten Religionen, die aus Schriftkulturen kommen. Also sunnitischer Islam in der Frühphase, das Christentum und so weiter. Und schon in Zentralasien war dieser Glaube im Kontakt mit anderen Glaubensrichtungen und hat Einflüsse vom Zoroastrismus und vom Manichismus bekommen. Das, wenn ihr euch das nicht sagt, das müsste man in einem eigenen Video behandeln, sind zwei Religionen, die aus dem persischen Kulturraum stammen. Diese turkmenischen Nomadenstämme nahmen dann den Islam an und behalten aber ihre alten kulturellen Traditionen und auch Glaubensvorstellungen zum Teil bei. Und eine große Rolle spielte im 12. Jahrhundert ein Sufi-Mystiker und ein Poet, nämlich Ahmed Yezevi, der im heutigen Kasachstan geboren wurde. Und diese turkmenischen Nomadenstämme, die kamen dann irgendwann ins heutige Anatolien, wanderten da ein und brachten ihre religiösen Vorstellungen mit. Man kann vielleicht so weit gehen und sagen, dass so dieses, der Hochislam, wie man ihn in der arabischen Welt damals kannte, also gerade so auch in den großen Städten, dass der vielleicht gar nicht so geeignet war für so eine halbnomadisch bis nomadische Lebensweise. Also, dass du, wenn du wirklich so ganz feste Dogmen durchsetzen willst, dass du da eine fortgeschrittene Schriftkultur brauchst. Dass du da einen einheitlichen, einigermaßen einheitlichen Klerus brauchst. Du brauchst Leute, die ausgebildet sind, die in den Deutungen zumindest einigermaßen einer Meinung sind und die zumindest so einen Kanon bilden können. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man es vergleicht mit so den germanischen Religionen, je nachdem, wie man es nennen möchte, die man eben auch gar nicht mal sagen kann, dass es da jetzt wirklich einen Glauben an einen Gott gab und alle haben das geglaubt. Auch da sagen die Experten, weil es eben keine Schriftkultur gab und so weiter, dass da vielleicht sogar jeder Stamm, vielleicht sogar jeder Clan ein bisschen eine andere Form hatte vom Verständnis, welchem Gott man jetzt welchen Respekt bieten muss und so weiter. Anderes Thema, aber ihr könnt euch merken, dieses Verständnis, dieser angenommene Islam mit alttürkischen oder türkischen Einflüssen, der kam dann nach Anatolien. Dort regierten damals die Rumseltschuken, also auch eine türkische Dynastie, die allerdings schon den sunnitischen Islam stärker angenommen hatten, weil eben auch es wichtig ist, wenn man ein nicht-nomadisches Reich führt, dass man da gewisse Werte, Normen, gerade auch in der, was Gesetzgebung und so weiter angeht, dass man da vielleicht ein etwas strengeres Regiment braucht. Und da kann man dann schon ein bisschen in den Konflikt. Die Aristokratie dieser turkmenischen Stämme, die eben nach Anatolien eingewandert sind, die nahmen dann auch den, ich sag mal, orthodoxen sunnitischen Islam an. In den Städten entstanden dann auch Madrasa oder Madrasa, also Religionsschulen, wo dann eben genau das stattfand, was ich gerade beschrieben habe, was es halt in nomadischen Gesellschaften eher nicht so gibt, nämlich eine mehr oder wenig einheitliche Ausbildung von Religionsgelehrten, die dieses Wissen, also den orthodoxen sunnitischen Islam, dann eben auch weitergeben können und darüber achten oder darauf achten, dass die Scharia, also sag ich mal, so diese Werten, Normen, Gesetze, das Ganze, es ist ein bisschen komplizierter, was die Scharia ist, aber auf jeden Fall, sagen wir mal so, dass die Gesetze eingehalten werden und dass die Regeln eingehalten werden des orthodoxen Islam. Und das hat dann auch schon zu so einer Spaltung geführt oder zu, sag ich mal, zu Gegensätzen, weil man halt eben in den Städten und in der Aristokratie diesen sunnitischen Islam, den orthodoxen sunnitischen Islam hat und mehr auf dem Land, wo halt eben noch die mittlerweile Bauern und sowas lebten, da halt eben noch diesen unorthodoxen, auch gar nicht mal so stark sunnitisch geprägten Volksislam mit den alten Einflüssen aus den alttürkischen Religionen. Und das führte dann zu Aufständen, die niedergeschlagen wurden. In diesem Umfeld entstand dann eine Bewegung von, sag ich mal, Mystikern, von mystischen Wanderpredigern, die unter anderem so Grundsätze des sunnitischen Islam eigentlich ablehnten. Also die fünf Säulen des Islam, die ja eigentlich so eines der grundlegenden Dinge des Islam sind, also das Glaubensbekenntnis, das rituelle Gebet, die Spende für die Armen, den Ramadan und eben die Pilgerfahrt nach Mekka, das lehnten sie alles ab. Stattdessen war unter ihnen oft der Glaube an Wiedergeburt des Göttlichen, also Wiedergeburt Gottes im Menschen verbreitet, an Seelenwanderung und solchen Dinge, die auch vom orthodoxen sunnitischen Islam deutlich abgelehnt werden. Und dementsprechend wurden sie auch in den Städten eher angefeindet und auf dem Land aber verehrt. Und einer dieser Wanderprediger, der ist ganz zentral auch für das Entstehen dessen, was wir heute als Alevitentum kennen. Und sein Name war Haji Bektash Veli. Der kam aus Khorasan, also so einer Grenzregion zwischen dem heutigen Iran und Zentralasien. Und der lebte eben im 13. Jahrhundert in Anatolien. Und er war Muslim, eindeutig, aber er hat sich auch noch so seine, die älteren Traditionen, von denen ich jetzt ja schon erzählt habe, deutlich bewahrt. Er hat einen ziemlich freiheitlichen, humanistischen und toleranten Islam gepredigt. Und das hat ihm auch viele Anhänger unter den, sag ich mal, unterdrückten Bewohnern des anatolischen Landes eingebracht. Also gerade so Minderheiten, Bauern, Sklaven, auch Christen. Er verzichtete darauf, dass die Scharia eingehalten wird. Und auch ganz wichtig, er hat sich von der arabischen Sprache, nein nicht distanziert, aber losgelöst. Das Arabische hat ja eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung im Islam, weil es halt eben die Sprache ist, in der der Koran offenbart wurde. Das Glaubensbekenntnis ist arabisch, egal wo man auf der Welt ist. Arabisch hat eine ganz, ganz große liturgische Bedeutung für den Islam und für Muslime. Und Haji Bektashveli hat aber das Türkische zur Kultsprache erhoben und hat auf Türkisch gebetet, gepredigt und so weiter und hat auch die Poesie in Türkisch verfasst, was für die damalige Zeit völlig unvorstellbar war eigentlich. Darüber hinaus hat er das sogenannte Cem-Ritual eingeführt, als Ersatz für das traditionelle muslimische Gebet, das wir ja wahrscheinlich alle kennen. Und von ihm sind Sätze überliefert, die auch zentrale Bedeutung im alevitischen Glauben haben. Vielleicht der bekannteste ist, schütze die Reinheit deiner Zunge, deiner Hand und deiner Lende. Das hat er gesagt. Und damit ist gemeint, dass man keinen Diebstahl, keine Gewalttaten gegen andere Menschen begehen soll, dass man keine üble Nachrede gegen andere Menschen ausspricht und dass man, sag ich mal, seinen Sexualtrieb unter Kontrolle hält und sich nicht von ihm kontrollieren lässt. Ein anderer Satz, der mir persönlich besonders gut gefällt, ist, vergiss niemals, dass auch eure Feinde Menschen sind. Also die wieder appelliert an die Humanität daran, dass wir uns darauf besinnen, dass wir alles Menschen sind und wir eigentlich den Menschen hoch achten sollten. Und nach dem Tod dieses Predigers, da entstand dann ein Orden, der ihn verehrt hat, der sogenannte Bektashi-Orden. Der war sehr beliebt in Anatolien, natürlich, weil er da gelehrt hat, aber wurde auch besonders beliebt auf dem Balkan und auch in anderen Gebieten des Osmanischen Reiches, aber Anatolien und Balkangebiet, kann man sich merken, so die Hauptorte des Bektashi-Ordens. Und dieser Orden, der war eben besonders beliebt, sag ich mal, für Konvertiten. Also gerade die christlichen Untertanen des damaligen, dann schon Osmanischen Reiches, die konnten mit diesem Orden sehr viel anfangen, weil er eben so diesen durchaus toleranten und für andere Ideen offenen und nicht so orthodoxen Islam gepredigt hat. Und so wurde der Bektashi-Orden auch, so sag ich mal, der Stammorden für die Janitscharen. Die Janitscharen, das muss mal ein eigenes Video werden unbedingt, das waren die Elite-Krieger des Osmanischen Reiches. Das waren Berufssoldaten, die ihr ganzes Leben lang nur für den Krieg und für den Kampf trainiert wurden und die dann auch hohe Posten im Militär natürlich, aber auch in der Verwaltung und am Hof eingenommen haben. Die rekrutierten sich oder wurden rekrutiert aus den Kindern von christlichen Untertanen. Die Kinder wurden weggenommen und dann eben in die Hände auch von Bektashi-Geistlichen gegeben, die ihnen dann den Islam gelehrt haben und wo sie dann letztendlich zu diesen Elite-Kriegern ausgebildet wurden. Und die charakteristische weiße Kopfbedeckung der Janitscharen, das war tatsächlich auch ein Rückgriff auf Haji Bektash-Wedi, nämlich das sollte symbolisieren, dass sie mit ihm nahe verbunden sind und im Bektashi-Orden und so weiter, denn diese Kopfbedeckung, das symbolisiert die Ärmel des Gewandes von Haji Bektash. Zu diesem Zeitpunkt kann man meiner Meinung nach noch nicht wirklich vom Alevitentum sprechen, denn es fehlt noch eine entscheidende Komponente, die das heutige Alevitentum ausmacht, nämlich der Einfluss der Schia, des schiitischen Glaubens und der kam erst gegen Ende des 15. und Beginn des 16. Jahrhunderts. Seitdem Sultan Mehmet, der Oberer, Konstantinopel eingenommen hat, da hat das Osmanische Reich immer mehr zentralistische Züge angenommen. Also alles wurde aus der Hauptstadt ausregiert und es sollte mehr Kontrolle des Hofes auch über alle Randgebiete geben. Ich werde mein eigenes Video über die Eroberung Konstantinopels machen, ein super spannendes Thema auch wieder. Und da bricht dann auf jeden Fall dieser Konflikt wieder auf, also erinnert euch Stadt, Land und so weiter und orthodoxes sunnitische Islam, der sich auch auf die Scharia beruft und in den Städten vertreten ist, gegen den Volksislam, sage ich mal, mit auch noch anderen älteren Einflüssen. Und letztendlich haben die Vertreter oder die Anhänger dieses Volksislams einen anderen Beschützer gesucht, einen anderen starken Mann im Nahen Osten. Und der bot sich im Osten, nämlich Schah Ismail I., der Kaiser von Persien. Über den habe ich schon mal ein bisschen was erzählt in einem Video, wie Kurdistan, die Region Kurdistan, osmanisch wurde. Er war auf jeden Fall der Begründer der Safaridischen Dynastie im Iran, in Persien und einer der bedeutendsten Herrscher, glaube ich, der persischen Geschichte. Kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Und er selbst war Schiit. Und nicht nur Schiit, er hat sich selbst auch als zumindest von Gott inspiriert, wenn nicht gar selbst göttlich gesehen, als von Gott aus erwählten Erlöser, als Machti. Und das kam wieder gut an bei diesem Volksislam und seinen Anhängern, denn der Glaube an eine Endzeit und an eine Erlöserfigur, einen mächtigen Krieger, der sie beschützen wird, das war damals schon lange, lange vertreten. Und so kam es eben dazu, dass Schah Ismail sich dieser Gruppen angenommen hat, weil er gesehen hat, die sind im Konflikt mit seinem Gegner, mit dem osmanischen Sultan, damals Selim, und er wollte sie praktisch auf seine Seite ziehen. Und er schickte unter anderem Schreiben an diese Gemeinde, wo auch zum ersten Mal dann so diese ganzen Ideen verschriftlicht wurden. Und hier kamen dann so, kamen viele schiitische Elemente in das, was dann später das Alevitentum werden sollte. Der Kult um Ali, den Schwiegersohn Mohammeds, der letztendlich ja eine sehr zentralen Gestalten des schiitischen Glaubens ist, der Kult um die zwölf Imame und so weiter. Und das kam dann in diese bereits existierende und vom Bektashi-Orden auch weitergegebene volksislamische Auslegung noch hinzu. Und den turkmenischen Clan-Chefs wurde auch bestätigt, dass sie mit Ali und mit den zwölf Imamen verwandt wären, was ihnen nochmal besondere Legitimation gegeben hat. Und die Anhänger von Schah Ismail, zu denen jetzt eben auch diese ehemaligen turkmenischen Stämme in Anatolien gehörten, die wurden Kisilbasch genannt. Kisilbasch, ich habe es auch schon in einem anderen Video erklärt, heißt Rotköpfe und das kommt von der Kopfbedeckung, die viele von ihnen trugen. Also so zwölf, das sind so zwölf rote wie so Kordeln, die zusammengefasst die zwölf Imame des schiitischen Glaubens bedeuten sollen und daher Kisilbasch. Ich habe gehört, dass es heute teilweise ein bisschen abwertend benutzt wird, aber ich habe auch gehört, dass es als Selbstbezeichnung der türkischen Aleviten immer noch benutzt wird. Also da bin ich jetzt überfragt, wie es konkret aussieht. Aber auf jeden Fall, Kisilbasch kommt von Schah Ismail und seinen Anhängern. Es kam also zu Aufständen gegen die osmanische Herrschaft von Sultan Selim und letztendlich zur Schlacht von Chaldiran, die zentral ist in dem anderen Video, was ich erzählt habe, wie Kurdistan osmanisch wurde. In dieser Schlacht wurden die Perser, also wurden die Safaviden und Schah Ismail von der osmanischen Streitkräften besiegt. Und damit wurden die Aleviten dann auch von Persien und, sag ich mal, ihren Beschützer abgeschnitten. Und viele von ihnen schlossen sich dann Sufi-Orden an oder eben den Bektashi-Orden, zum Teil auch nur aus Selbstschutz. Und so kamen dann diese schiitischen Elemente, die haben sich gegenseitig beeinflusst mit den Lehren des Bektashi-Ordens und aus diesem Zusammenwachsen von den schiitischen Elementen dann wieder mit den Bektashi-Lehren und eben so diesen älteren bis hin zu alttürkischen Religionstraditionen und so. So kam es dann zu einer Vermischung, die wir heute als Alevitentum bezeichnen. So, damit sind wir jetzt am Ende des heutigen Videos. Super spannende Geschichte, wie ich finde, auch wenn es etwas ist, was natürlich so weit weg ist, glaube ich, von allem, was in Deutschland in der Schule unterrichtet wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gefallen. Wenn es das getan hat, wie immer, mein Aufruf abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video ein Like, teilt es mit euren Freunden und natürlich kommentiert, ob es euch gefallen hat und ob ich gerne mehr Videos davon machen soll. Also ich würde sie gerne machen, wenn es bei euch auch gut ankommt. Dann natürlich. Dann werden noch weitere Videos über das Alevitentum folgen, also über die Rituale, das Glaubenssystem des Alevitentums und natürlich auch über die Lage der Aleviten heute in Deutschland, aber auch in der Türkei. Ihr wisst ja alle wahrscheinlich die Massaker von Dersim und so weiter und Sivasch. Auf jeden Fall. Darüber wird es auch noch Videos geben, wenn ihr wollt. Und natürlich, an diesem Punkt möchte ich auch noch mal sagen, es ist natürlich suboptimal, dass ich jetzt hier nur stehe und alles so, sag ich mal, lehrerhaft vortrage. Wenn das Ganze mit Corona vorbei ist und das ist es ja hoffentlich bald, dann möchte ich natürlich auch losziehen und mit den Leuten selber sprechen und möchte gerne alevitische Gemeinden besuchen, die Cem-Häuser mal sehen und so weiter. Also das alles versprochen, das kommt, sobald es geht. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.